So, vergesst meine Frage von dem Stream. Ich habe nämlich rausgefunden, warum der das immer in 8 Sekunden gemacht hat. Da war irgendwie, oh, eine Rehe, da war irgendwie automatisch Aufsplittern drin, die, ne, diese, ähm, es gibt eine Datei in xSplit, damit nehme ich ja auf, die hatte das Aufsplittern drin, ja, und da hat er das immer in 8 Sekunden aufgesplittert, und deswegen vergesst meine Frage vorhin im Stream. Ich habe es gerade selber rausgefunden, wie das geht. Ja, man muss halt, ich habe wie eine Bekloppte, habe ich wirklich im Internet gesucht, was die Ursache sein könnte, äh, warum der das in 8 Sekunden aufnimmt, weil das ist ja Blödsinn. Ja, ein 8 Sekunden Video, pfff, ist jetzt nichts Tolles, ja. Aber ich habe es rausgefunden, der hat irgendwie, ich habe das selber nicht eingestellt, Aufsplittern in, ähm, irgendwas in einer Minute. Und deswegen hat er immer in 8 Sekunden, hat er immer ein Einzelvideo gemacht. Ich habe aber, ups, ich habe aber jetzt rausgefunden, wie man das entfernt, und jetzt kann ich wieder ganz normale Videos machen. Also, vergesst die Frage in dem Stream, es hat sich eben erledigt, ich habe es eben selber rausgefunden. Aber trotzdem danke, wenn ihr helfen wolltet. Also, an die, die helfen wollten. Also, bevor ich es vergessen, wir sind mit dem Waldläufer in, äh, in, äh, in, äh, in Immerfrost unterwegs. Jetzt habe ich mich so über diesen, Fehler aufgeregt, dass ich schon kein Wort mehr rauskriege. Wie gesagt, es hat sich ja erledigt. Ich habe es selber herausgefunden und damit ist gut. So, aber eine Sache ist nicht gut, dass ich gleich hier abkratze. Und ich werde mit Sicherheit abkratzen. Ja, genau. Super. Wie man sieht, ich habe eine neue Kamera. Ich hoffe, man sieht mich ein bisschen besser jetzt. Weil mit der alten hat man mich leider nicht so gut sehen können. Na gut, ich habe jetzt auch das Licht an. Aber ich hoffe, von der Qualität her ist es besser vom Gucken. Ich habe nämlich ohne Mist, ich habe das X-Bild, womit ich halt aufnehme, habe ich deinstalliert, wieder installiert. Ich habe alles probiert und ich habe dieses 8 Sekunden nicht weggekriegt. Ja, bis ich mal die App geöffnet habe und mal bei Aufnahme die Einstellung geklickt habe. Und dann scheint da irgendwas mit Aufnahme aufsplittern. Das heißt, in 8 Sekunden wird die Aufnahme ja gesplittert dann. In Einzelaufnahmen, also in einzelne Dateien. Und ich denke mir so, boah, bist du blöd? Hättest du das früher mal geguckt? Hättest du dieses Problem nicht. So, aber ich kann jetzt, wie gesagt, ähm, geht mal im Mikro um. Ja, ich kann jetzt, wie gesagt, wieder ganz normal aufnehmen. Und, ähm, ja. Jetzt kann ich wieder ganz normale Videos hochladen, die nicht nur 8 Sekunden lang sind. Weil ich glaube, das wäre auch nicht so gut angekommen. 8 Sekunden Videos. 8 Sekunden Gameplays. Nee, ich mache die schon gerne ein bisschen länger. Gut, der Stream, der war jetzt auch noch 15 Minuten. Weil ich das halt, ich wollte halt danach mal gucken, was das Problem mit den 8 Sekunden da ist. Weil ich habe ja sonst immer so, ihr kennt ja meine Videos, äh, sonst immer in langen Versionen. So 15 Minuten, 20 Minuten, halbe Stunde, so. Ja, und das ging auf einmal nicht mehr. Und da habe ich gesagt, komm, guckst du jetzt mal. Und jetzt habe ich den Fehler gefunden. Und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Man müsste mich jetzt auch, äh, ein bisschen besser jetzt sehen, wie gesagt, und besser verstehen. Ja, die ist schon tot, ich dachte gerade. Vielleicht sollte ich mal den Twitch-Chat hier entfernen, und der nervt nämlich tierisch. So, jetzt ist er weg. Weil ich hatte eben Twitch gestreamt. Aber da habe ich nicht so viele Zuschauer, wie jetzt hier auf YouTube bei euch. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte dieses Problem, was ich vorhin behoben habe, ich hatte das seit ein paar Tagen. Und ich habe mir so gedacht, mein Gott, das kann doch nicht an der App liegen. Das muss doch irgendeine Einstellung sein. Und es war tatsächlich eine Einstellung. Aber gut, ich habe es ja jetzt behoben. Es müsste jetzt, wie gesagt, gehen. Ja, jetzt kann ich mir hier ganz normale Videos machen. Ich kann euch wieder mit ein paar netten und schönen Gameplays versorgen. Mit Mikroständer. Ja, ich hatte vorher so einen kleinen. Und das war mir einfach zu unständlich. Da habe ich mir jetzt einen neuen besorgt. Der kam gestern an. Und ja, ich habe gedacht, okay, baust du heute auf? Machst du heute mal deinen ersten Stream mit? Deine erste Aufnahme mit? Und ja, ich hoffe, es ist besser. Man hört mich gut. Man sieht mich gut. Neue Kamera ist auch installiert. Und ja, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr es findet. Ob man mich besser sehen kann. Mich besser hören kann. Würde mich mal interessieren. So, ich weiß mal wieder nicht, was ich angreifen soll und was ich nicht angreifen soll. Weil ich hier einfach nur dumm rumlaufe. Keine Ahnung, wieso. Ach, guck mal da. Oh, die habe ich noch gar nicht. Wie geil. Ja, fett. Ups. Entschuldigung. Mega cool. Das ist ein feiner Rohm. Das muss ich eigentlich schaffen. Wieso konnte ich mich hier nicht... Ich konnte mich eben nicht bewegen. Oh, Mann. Das passiert mir so oft in letzter Zeit, dass ich hier alles mitnehme und dann verrecke ich wieder dran. Das ist so typisch ich. Das passiert mir aber auch ständig, leider. Das ist halt leider so. Es tut mir leid. Wenn ich so öfter abkratze, das ist nämlich mein eigenverschulden. Bin ich wirklich selbst dran doof? Ja, 13% Leben. Das werde ich wohl nicht mehr... Die Kurve werde ich wohl nicht mehr bekommen. Ja, komm. Ja, komm. Das war ja auch klar. Ich muss ja jetzt unbedingt die Kiste öffnen. Ja, egal. Egal. Das ist nur ein Spiel. Das muss man sich nicht aufregen drüber. Was soll's? Macht nichts. Mäh. Scharf. So, Mana-Mangel, wie immer. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich mag sowas nicht. So, Mana-Mangel ist nicht so meins. Und dein Gemäge geht mir auch auf dem Single, du. Oh, Gott. Ich stirb endlich um Mähne drum. So, das war das letzte Mäh. Das hat sich ausgemäht. Wie viel sind die eigentlich wert? Oh, ich hab ja ein Reak gekriegt. Das stimmt, ja. Wie viel ist das denn wert? Oh, nicht schlecht. Das ist schon ordentlich, ne? Also, diese Reha-Dinger, die kann man, finde ich zumindest, kann man schon, ähm, für gut Geld reinstellen. Ob man's verkauft, ist eine andere Geschichte, ne? Entweder man verkauft das, oder man verkauft das halt nicht. Ach, komm. Warum lauf ich denn immer weg? Ich bin doch kein Feigling hier. Deswegen konnte ich auch eine Woche keine Videos reinstellen, weil ich wie bescheuert versucht hab, diese 8-Sekunden-Videos wegzukriegen. Aber es hat sich halt echt erledigt, also. So was Blödes, so eine Einstellung, weißt du, suchst und findest es nicht. Und durch einen Zufall findest du es dann doch und dann ist der Fehler behoben und das war's. Und durch einen Zufall findest du es dann doch und dann ist der Fehler behoben und das ist der Fehler behoben. Ah, Mann. Ich mag die Schafe nicht, die Mähne mal so. Mäh, Mäh. Das nervt irgendwann, find ich. Ich komm hier nicht hoch, ne? Naja. Ich werde es aber auch nochmal in die Info schreiben, dass ich den Fehler behoben habe. Nicht, dass hier jetzt Kommentare kommen, ja, du musst das so und so machen, aber wie gesagt, ich werde es nochmal in das Video, was ich jetzt mach, ähm, werde ich das nochmal schreiben. Und ich stotze immer mit meinem Kopfhörer ans Mikro. Ich hab schon wieder keinen Maler mehr, ey, Leute. Also wenn ich eins nicht hab, sind es Nerven und Maler. Aber es hat sich erledigt. So. Wie viel Leben? Ein, 60%. Ich würde ja gerne mal hier raus. Muss ich aber runter, glaub ich. Ach, mein Gott. So. Das ist ja Spill, den ich eigentlich nicht benutzen wollte, aber es macht nix. Oh, ne Kisse. Prima. Immer wieder kein Maler. Wie immer eigentlich, ja. Ich hab hier nie Maler. Nie. Jetzt müssen wir halt warten. Könnte jetzt ein längerer Kampf, äh, Kampf. Es könnte jetzt ein längerer Kampf werden. Und so. So rum. Ich hatte ja gerade dieses Schaf wieder am Hintern hängen. Also ohne Maler dauert so ein Kampf bestimmt 20 Minuten, du. Prima. Sehr gut. Und Seiten, die ich noch nicht habe. Prima. Können wir mal wieder ein paar, ähm, Sammlungen versuchen vollzubekommen. Sondern ich glaube, jetzt bin ich reif. Und ich schon wieder, wie immer, nicht auf mein Leben geguckt habe. Und ich hier zwei an der Backe habe. So, meine Freunde, das war's. Das war aber auch klar. Das war klar. Das ist, wenn man nicht auf sein Leben guckt. Ja, passiert das schon mal. Aber ist ja nicht so tragisch. Ich will hier eh raus. Ich will hier auf die andere Seite. Wenn dann schon. Ups. Gut, die müsste ich eigentlich, wenn ich Glück habe, hinkriegen. Also ich werde mir auf jeden Fall gleich erstmal was zu trinken kaufen. Weil das geht mir nicht auf den Geist hier. Dass ich nie mal einer hab. Und es 10 Stunden braucht, bis ich mal so ein paar Gegner umhabe. Also normal ist das nicht, du. Also wenn die Gegner wieder stehen, das ist auch sehr toll. Da machst du nämlich überhaupt keinen Schaden dran. So, ich hoffe, der geht jetzt um hier. damit ich mir mal was zu trinken kaufen kann. Schnell beim Broker. So, prima, vielen Dank auch. Einen Augenblick bitte. Ähm, ja, ich brauche denn dann schon 40er Nahrung. Ja, ich brauche denn dann schon 40er Nahrung. Guck mal da. Was haben wir denn da? Ah, 45, äh, 50 Minuten geht das. Eine Stunde, ja. Nehmen wir die mal. Ähm, einen Augenblick. Essen brauche ich ja auch für Leben. Am besten auch 40er Nahrung essen. Da, guck mal. 77,5. Und 30er macht 52,5. Also ist das eigentlich besser, ne? So, prima. Das müsste jetzt eigentlich besser laufen. Ha, super. Klasse. Also, Leute, ich habe da eben trinken gekauft. Gut, das hat doch funktioniert. Sehr schön. Ich finde, es ist hier quasi eine T-Koll. Jetzt müsstest du eigentlich auch viel Geld kriegen, oder? Ui. Reha ist schon wieder. Klasse. Okay. Okay. Stande. Okay. Und wir lernen. Na komm her So, einmal Kurz ausnehmen Entschuldigung Mal da wieder recht null Das verstehe ich ja, du kaufst was zu trinken Und dann Hast du doch keinen Mana Das dauert mir alles zu lang, Leute Ehrlich Gerade bei einer Aufnahme Ist das zu lang Ich geh mal aus dem Weg, sonst hab ich den Wolf Wieder dran Ach komm Ach na Ja super Brrrr Wie bescheuert Genau den wollte ich nämlich nicht haben Na gut, egal Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern Ich könnte wegrennen, aber Das wäre ein bisschen blöd Weil dann gehen wir nämlich Erfahrungspunkte flirten Und das Ne, das muss nicht sein Glaube ich Versuche jetzt einfach mit ganz normalen Mit Ganz normaler Attacke Ähm Den jetzt umzulegen Ich darf jetzt nur keinen Rundumschlag wieder machen Sonst hab ich eben schon mehr Fischer dran hängen Ja, das muss nicht sein Ja, guck mal Hat doch funktioniert Klasse Prima Das hat doch alles prima geklappt Ne, das hab ich jetzt ins Falsche gelegt Die sind aber auch nicht teuer Die Dinger, find ich Die hätten sie auch mal ein bisschen teurer machen können Meiner Meinung nach Ich will nur ein bisschen meine Tasche leeren Upsa Entschuldigung Geh mal ein bisschen zurück Sind es tot sich da wieder dran Ah, verdammt Hm Ich würde mich Papa Ich würde mich verstehen dass ich gray Das war's für heute. Oh, ne Sammlung voll. Prima. Ja, besser geht's ja gar nicht mehr. Na super. Deswegen benutze ich diesen Schlag so ungern. Weil man da nämlich alles zieht. Wenn ich schon wieder kein Mana hab... Das ist bitter, du. Kein Mana haben wir es, bitter. Sehr bitter. Ja, komm schon. Ja, genial. Und schon haben wir was gefunden, was sehr, sehr viel Wert haben müsste. Ich weiß es aber nicht. Naja. 13p, das ist eigentlich gar nichts. Ich bin falsch gelaufen, Entschuldigung. Oh, das war mein Fehler jetzt. Das war mir jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwas am Hintern gehabt habe. Ja, prima. Ja. So, meine Lieben. Das Video endet hier. Ich hoffe, es gefällt euch. Und nochmal danke an alle, die mir helfen wollten. Aber ich hab's selber herausgefunden, wie man das macht. Also, wie man diese 8-Sekunden-Videos löscht. Diese Funktion. Ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Ich bin mal auf eure Kommentare gespannt. Und, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Macht's gut.